Hey, herzlich willkommen zum Adventskalender 2022. Die Schnelltipps für Golf, gesponsert von Alpi. Herzlich willkommen zu Tag 20 des Adventskalenders. Und wer möchte zu Weihnachten nicht mehr Backspin bekommen? Ich schon. Und hier ist ein guter Tipp, um mehr Backspin zu erzeugen. Und zwar, ich nenne das Streichholzzünden. Und es bezieht sich eigentlich auf das Gefühl, wie der Schläger durch den Ball durchgehen soll. Kurz, knapp und mit viel Beschleunigung. So, warum sorgt das für mehr Spin? Weil wenn ich kurzer und knapper mit viel Beschleunigung schwinge, tue ich zwei anderen Sachen. Ich hacke nicht so doll in der Erde, habe also einen flacheren Eintreffwinkel. Und der Umkehr mit mehr Lag sorgt für weniger Loft. Und so habe ich weniger Loft, einen flacheren Eintreffwinkel, mehr Abrieb auf dem Ball und somit mehr Backspin. Probier es mal aus. Einmal lang und langsam und hinterher einen kurzen, schnellen und guck mal, wie viel Backspin man da rausbekommt.